so guten morgen und willkommen zu einer neuen folge von how is my magic comedy mal sehen herzlichen dank du siehst ich bin vielen dankbar wir bekommen von kuhn direkt kuchen ist das jetzt vom kühlschrank also wir kriegen anscheinend kuchen von anderen darum kriegt jetzt quen auch entsprechend eine karotte ich hätte gerne karottenkuchen gebacken aber ich habe keine rezepte wenn ich liebe dich ich liebe dich muss man mal gesagt haben alter jetzt aber gut gehen wir mal gucken hallo katze so abgeschlossen ich habe die axt habe ich nicht dabei haben noch so viel holz dass wir hier weg kommen müssen kümmern mich aber erstmal um die tieren moin dann laue ich einfach mal die leute ab mit dem ich so vier fünf herzen habe und schau mal was das resultat ist so ich habe die bürste nicht mitgenommen ich wollte wo die hat glaube ich noch nicht offen doch okay bürste schön eine wo dankeschön da habe ich noch mit kuchen bekommen Wir haben über 30.000, wir können mir ein Grundstück kaufen. Ich will dir das Geld erlassen. Dankeschön. Beim nächsten Mal hole ich mir auch das letzte Grundstück. Könnt jemand fast denken, dass ich Lehnsherr wäre? So viele Grundstücke, wie ich gekauft habe. Jetzt auch Kuchen. Keine Ahnung. Magerkuchen eigentlich, ist die bessere Frage. Lass mich mal gucken. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Bin noch dran. Ähm, nicht explizit. Weißt du was? Das ist auch mal ein Käsekuchen. Das ist auch mal ein Käsekuchen. Ja. Ja. Bitteschön. Einfach mal, weil ich so gut durch bin. Ach ja. Ja. Ist die Brasche fertig? Dankeschön. Wo geht's eigentlich dir? Hey Bob. Was machst du eigentlich hier? Tschau ihr beiden. Tschau ihr beiden. So. Gucken wir uns mal weiter ein bisschen um. Schauen. Während ich auf dem Rückweg hier vorbeilaufe. Hallo Nina. Hallo Liz. Weißt du was? Bitteschön. Gern geschehen. Ich krieg selbst schon ein Käsekuchen. Was geht? Ich find's immer so blöd, dass ich die anderen Hunde nicht streicheln kann. Schau mal kurz drüben nochmal bei Maria vorbei. Ich bin mal von Sköpen. 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 Deodor. Martha. Und Anne. Anne ist hier. Sollte es nun hier sein. Ich bin mal von Sköpen. Ich bin mal von Sköpen. bald nochmal von Sköpen. Mal von Sköpen. Ich bin mal von Sköpen. In der ersten Moment habe ich immer mehr gesehen. Ich bin mal von Sköpen. Es liegt immer du. Und damit haben wir fünf. Komplett. Note der Beliebtheit. Verschenken von Kuchen an Freunden aus Dankbarkeit. Du bekommst vielleicht auch einen. Ich hab fünf! Dankeschön, Martha. Ich gehe da noch bei Theodore vorbei. Ich will meinen Kuchen eintreiben. Um ihn dann nachher zu verschenken. Hallo, Theodore. Immer die Frauen haben immer was gebacken. Und geben immer was ab. Hi Terry. Gut, wen könnten wir jetzt hier noch irgendwie beschenken? Wir haben hier so viele Kuchen. Wir haben hier so viele Kuchen. Ähm, ja. Komm, wir geben Maria unten einen Schiff Kuchen. Maria! Ich hab so viele Kuchen. Ich hab zu viel Kuchen. Dann werde ich doch noch fett, wenn ich davon zu viel esse. So, ich hab doch selbst Kuchen gebacken. Ich hab gehört, ich tut auch noch Kuchen verschenken. Kann ich ihr auch noch was schenken? Ich hab's ja auch erst mal die Leute finden. Ich finde, der alte Herr hat auch einen Kuchen verdient. Hast du's verdient? ich bin ich halt ich kann doch nicht so viel kuchen verspreisen jamie ich lasse dich nicht in ruhe bitteschön ich will nett sein jamie mehr nicht einfach nur nett sein ist er doch einfach mal dankbar der letzte kund ich darf doch wohl auch mal ein bisschen kuchen das sieht ein guter ertrag aus wir hatten heute ein bisschen zu viel kuchen inflation es gibt eindeutig zu viel kuchen zu viel kuchen ich glaube eher da heute ist er der internationale kuchen tag muss ich mich aber immer noch um die tiere kümmern werden wir noch oben ein bisschen ei insgesamt haben wir glaube ich sechs kuchen geschenkt bekommen also könnte ich theoretisch sogar noch einen kuchen verschenken wenn ich Lust hätte ich sehe überhaupt nicht so was von gestern aus ähm ja ein tun wir jetzt noch verschenken und ein tun wir jetzt noch selbst essen ja das verarbeiten lohnt sich manchmal wir hatten jetzt 500 investiert wir kriegen halt jetzt über 1000 aus ein pilzkuchen ein pilzkuchen ich habe die bürste mitgemacht ein pilzkuchen das ist es es wir in Ich glaube, das kam nicht so gut, dass wir gestern zu spät noch auf waren. Egal was soll's. Mir gibt mal ein bisschen Merk. Gut. Auch bitte. Äh, akzeptabel. Ich glaube, ich tue den ersten Kuchen und Essen. Oh. Boah. Der war gut. Aber Energieverlust durch Müdigkeit zieht halt extrem. Passt schon die Hälfte, was der Kuchen gebracht hat, ist jetzt schon wieder weg. Wenn ich das jetzt hier noch verarbeite. Geht ein bisschen von der Energie weg. Aber nicht alles. Aber die weiße Energie ist schon wieder weg. So, wer ist denn hier jetzt noch in der Umgebung? Passt keiner. Geht sowieso heute früh ins Bett. Großartig mehr werden wir halt sowieso nicht machen. Ich glaube, ich weiß, wenn ich noch ein Stück Kuchen beschenken möchte. Tim! Apropos Kuchen. Bitte schön. Ich schreibe da nicht so rum. Und ich geht's wert. Ich höre dich aber, ich lasse dich in Ruhe. Oh, komm ich nicht durch. So. So. Meine liebe Gwen. Gib dich auch. Milch. Oder Milch. Ist vorrätig. Guck mal, guck mal, was wir die nächsten Tage machen. Wetter, morgen. Schnee. Aber kein Schneesturm. Erntetankfest erfolgreich bewohnen. Morgen wird es ein ganz normaler Tag sein. In der Beziehung sage ich German Duel QSTP und wünsche gute Nacht. Musik. 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 Bis zum nächsten Mal.